wir sind heute endlich mal wieder im domizil in erfurt mit paul der filmt weil sein lenker gebrochen ist und mit dem carlos der fähig aber ich würde sagen wir gehen nicht lang rum und fang an mit der sache weil ich hab echt bock hier mal wieder zu fahren es ist die miniramp schwimmt noch so ein bisschen vor sich hin aber der rest ist schon fahrbar und ich würde sagen wir fangen an aufzuwärmen hier an der hip denke ich mal oder ja mach mal so Carlos, gib mal kurz den Helm. Gib mal kurz den Helm. Ist der nass? Ne, nur reingesputzt. Digga. Das ist egal. Das ist egal. Das ist gar nicht so ein Baseballspieler, alter. Oh. Mach mal. Das ist egal. Das ist egal. die 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 Also, wir haben uns jetzt einigermaßen warm gefahren. Das Problem ist bloß, die Mini schwimmen immer noch von alleine. Das Problem ist einigermaßen warm gefahren. Mein Mann ist model. Machen wir am Ende, Junge. Geht da einer auf den Satt, Alter. Geht da einer auf den Satt, Alter. Geht da, Alter. Das war's für heute. Okay Leute, das war es von dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein!